hallo da bin ich wieder zurück mit planet base in meiner base und wir haben immer noch dieses essensproblem von dem wir jetzt irgendwie glaube ich bald befreit werden weil jetzt gerade eben hier der essensfertiger der zweite freie fertiggestellt wurde und ich glaube aber dass wir natürlich dafür dann zu wenig fleisch haben also generell zu wenig gemüse aber da ich ja hier unten das schon in auftrag gegeben habe das zweite bio dom dings bums glaube ich dass wir dann bald wieder ein bisschen mehr haben das ist aber schon schwierig hier diese die balance zu finden zwischen den ganzen sachen hier kommt irgendwie auch nicht mehr zustande ich glaube es liegt daran dass wir keinen reis haben ich glaube wir brauchen generell einfach mehr mehr mittel ich glaube wir brauchen nicht unbedingt jetzt eine heilpflanze ich glaube wir brauchen einfach essen genau weil wir haben einfach gar keine stärke also das bringt diese zweite maschine bringt null weil wir nichts haben womit wir überhaupt was herstellen können es wäre sehr freundlich wenn sie jetzt sich hier mal zum arbeitsplatz begeben würden das gibt's auch gar nicht wir aktivieren das mal wieder hier oder ach so da ist sogar noch bioplastik wird es so nee ach so der verbraucht bioplastik zur herstellung ich bin gerade überlegen ob ich hier das heilpflanzenfeld abreiße ich weiß nicht ich weiß nicht wie lange man braucht um so eine heilpflanze nachzuproduzieren ich weiß nicht wie viel man generell braucht wie häufig sich da die leute verletzten mir ist gerade mein fuß eingeschlafen aufwachen warum will denn hier niemand arbeiten kommt doch mal raus leute und arbeitet mal baut das mal fertig habe ich hier zu viele andere sachen priorisiert dass hier nichts mehr fertiggestellt wird oder was ist los hier steht die steht doch hier rum was finden das oder ist der ist der bauroboter kaputt auf dem weg zur fabrik warum hier hallo bauen gibt's doch gar nicht also ihr müsst dass sie schon ihr müsst dass sie schon fertig machen sonst sonst wird das hier nichts die baumaterialien stehen da aber es ist tut keiner was du hier du 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 bist doch ein baubot komm doch mal bitte runter und bauma sag mal auf dem weg zu warum da steht es gerade nicht was warum macht er das jetzt nicht geh mal bitte weg ich deaktiviere das jetzt mal warum geh da runter und baue die scheiße fertig ich kann so nicht arbeiten auf dem weg zur verbindung ja nein 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 hä hä das stimmt doch irgendwas nicht das ist das der das ist auch ein bug oder nicht das ist auch ein bug ist die schleuse kaputt kommt hier keiner mehr raus ist das problem warum hätte hier rum auf dem weg zur verbindung und tätig auf dem weg zu labor wir haben schon mal was anderes das ist ja schon mal nicht schlecht auf dem weg zur verbindung ja komm 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 hier raus du kleiner hosenkacka du ja 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 nein ach hier ist jemand reingegangen bitte mal einer das hier bauen ich kann nicht weitermachen wenn ich das nicht habe ich kann auch nicht weiter arbeiten nein 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 nicht nein kann ich das hier irgendwie so na der will nicht mehr rauskommen hier der blöde roboter baut der das jetzt zu ende nein das ist ein biologe scheiß der baut das nicht haben wir hier im arbeiter ingenieur kann der sich bauen haben wir zu wenig luft leute was ist euer problem ja ich bin ich zu blöd oder ist das spiel zu baggie komm doch bitte einfach da runter da genießt er die aussicht das ist unfassbar ja hallo du 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 nein du du ja ja ach so oder fehlt hier irgendwas zum herstellen ausstehende ressourcen zwei dinger ach ach so ach so das sind die für da ach so ok deswegen geht das nicht ja du hast hunger ja mach erstmal deine arbeit und dann können wir auch weitermachen okay aber dafür dadurch dass wir es jetzt hier priorisieren haben die natürlich vorrang darauf das ist natürlich schon mal richtig ich könnte natürlich hier noch so ein automaten hinbauen dann würden wir auch noch anderes fleisch bekommen für für den essensautomaten hier weil der hat ja überhaupt gar keinen der hat der hat ja nix zum arbeiten ach gott die sind alle hungrig ich glaube ich baue noch mal so ein teil hier äh da zacki was hat das jetzt gekostet das war auch wieder hat auch wieder irgendwas hier gekostet hier ne war ja auch wieder so ein bio dingsbums wie heißt das bioplastik shit und das ist so mangelware gerade im moment wir haben kein essen mehr ja wenn ihr nicht so zig jahre brauchen würdet um dieses scheiß hier mal fertig zu bauen dann wo ist denn das andere ding wurde das wieder weggeholt nee okay kam schon ach wir haben null essen nein deswegen wollte ich doch keine neuen Leute haben ich sperre das jetzt wieder ich will keine neuen Leute ach und du bist auch noch kaputt der scheiß transport bot der macht eh nix nimm doch einfach da sind doch drei warum nimmt der denn die nicht der macht mich wahnsinnig ach jetzt hat er sich auch noch einen Knochen gebrochen oh nein scheiße ach der geht der geht hungrig zur Arbeit scheiße ja ist immer leid ich hab's gesagt hier läuft's nicht so gut das braucht ja auch Stunden bis hier einmal so ein bioplastik angekommen ist wo wo sind denn die dinger eigentlich hat der einen nein ich hab doch hier drei wo sind die denn hier ersatzteile ersatzteile ich check nicht wo die sind oh da liegt irgendwas das ist ne heilpflanze oh da auch oh die werden schlecht vielleicht brauchen wir so nen Schrank aber ich hab kein ich geh nicht es ist so unfassbar oder liegt es daran dass wir jetzt kein es liegt daran dass wir kein keine Stärke haben wir haben zwei Prozessoren aber keine Stärke ja und dafür brauchen wir wieder das hier oh ich mach dieses heilpflanzenteil weg oder was ach da 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 das ist der letzte der fehlt zu bioplastik Prozessor ne 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 hier nicht ne ne hier nicht achso Stärke doch Stärke 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 ja ich dachte das andere aber da kommt ja hier gleich wieder einer raus kann er da nicht was ist denn mit diesen drei Dingern die da lagern diese drei Dinger lagern hier und ich kann gerade im Moment nichts machen ach nein die lange kann man brauchen immerhin wir haben wieder Essen wir haben drei wo sind die kann ich die irgendwie hier Herstellungsgrenzen Halbleiter Bots Pistolen Arzneimittel Ersatzteile Technologien Patent für was ah ok cool das kann man ah erforschen scheinbar Netz Energie Ach das ist doch auch gut zu wissen sieht ja eigentlich ganz gut aus oder Energie Netz verbraucht 34 kW und produziert 70 auch in der Nacht ja Kolonisten können im Moment bitte nicht ich hab echt Probleme gerade so was ist denn hier ja sehe ich genauso shit ist einfach nur shit ist das Baubot Transportbot Sanitäter Ach Gott Was ist denn da los Ansehen warum ist das Ansehen so schlecht ja es gibt kein Essen ihr seid doch selber schuld ich tu doch was ich kann ich brauche doch ich brauche doch ach man nein so jetzt wollen wir doch mal sehen was passiert denn das ist doch hier irgendwie das ist doch hier bald fertig ich mache ich spüre jetzt vor immer noch nicht 82% ok na ach jetzt ich glaub's nicht ach yes wie lange hat das gedauert bis der Mist dahergestellt wurde und wie lange dauert das jetzt bis da jemand hingeht bitte baut doch hier was ich kann niemandem helfen oh Gott ok so wir haben's wir haben's zack 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 wir brauchen Stärke jetzt schauen wir mal eben kurz eine Gemüse schnelle Produktion und hoher Erwartungsbedarf Gemüse Stärke halte ich schnelle Produktion und hoher Erwartungsbedarf was weiß ich denn das ist mir doch Wurst Gemüse langsame Produktion niedriger Erwartungsbedarf wir haben kein Essen mehr leckt mich doch so so dann bauen wir noch mal eine Kartoffel dann bauen wir mal Weizen Stärke halte ich dann bauen wir Zwiebeln haben wir schon Rettich Salatfeld Tomaten haben wir ne dann man könnte hier unten hier unten weniger schnell warten vielleicht können wir mal achso ne ich hab ja nur noch einen das ist doch zum Kotzen komm wir nehmen wir nehmen Salat zack achso ich kann jetzt theoretisch weitermachen auch wenn ich gar nichts mehr hab na das ist ja geil das heißt ich muss ja jetzt priorisieren was was möchte ich denn ich möchte bitte dass er das hier zuerst macht nein er soll das hier bitte bauen ja oh Gott oh Gott also ich finde das ist ja schon mal nicht so es ist nicht so einfach ne und auch diese Wartezeit das ist echt lang so jetzt trägt er hier wieder sein komisches Kanübelding da hier die Stärke trägt er jetzt hier wieder rein da ist er drin da ist er drin und jetzt bedient das keiner jetzt warten wir hier stundenlang bis der ach da ist er okay ich glaube man muss hier einfach manchmal vorspulen ich hab das noch nicht so gerne mit dem vorspulen aber okay aber es ist es sieht jetzt gerade gar nicht so schlimm aus mit dem Essen wir haben nur ein Problem mit den mit den Bauteilen wenn man ohne Bioplastik ist sind wir echt völlig völlig am Arsch boah jetzt macht der Mittag jetzt macht der Mittag der macht Mittag echt im Ernst ich kann doch nicht mal irgendwas verschönern einfach weil ich gar nichts hab ja Dreck und da das Ding da das steht da schon so lange und das wird auch nicht gebaut einfach weil wir gar nichts mehr haben wir haben nicht der nein 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 scheiße nein genau den wollte ich doch nicht was ach so zwei essen und ein Ding ach so ein scheiß reichen die Betten reichen noch aber essen ist gar nicht gut und wir müssen auch eigentlich wieder das hier anmachen aber wir haben ja leider keinen ne das hier meine ich ach guck ach da ist der eine drinnen deswegen geht's nicht ach so ach wir haben wieder einen hier wir haben wieder einmal Stärke komm trag die Stärke komm trag die Stärke das ist die Stärke die Stärke kommt Stärke wird verarbeitet hallo geht's jetzt bestimmt schlafen jetzt ach da ist er ja es würde mir schon so helfen wenn wir einfach eine Pflanze mal hätten oh ich muss eigentlich Pause machen aber ich denke die ganze Zeit so eine Pflanze eine Pflanze noch Energie ah 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 nee okay das haben wir gerade noch geschafft oh Herr oh Herr hat kein Wasser oh das ist schlecht kann man das aufwerten oh Gott okay 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 das das können das das schaffen wir hier oh nein so okay okay das geht ja noch das geht ja noch aber das ist auch schon knapp ist auch schon knapp okay oh das ist sehr gut weil es natürlich echt besser wäre wenn man das nebeneinander hat ne da muss man nicht immer hier die müssen jetzt den ganzen Weg hoch und runter latschen oh da wird das alles ach du scheiße okay das wird von hier nach oben getragen ja das weiß ich natürlich alles noch nicht das muss ich natürlich alles erstmal lernen so haben wir es ist er gebaut ist er schon fertig oh der ist schon fertig wow Energie ach du Kacke okay ich glaube wir brauchen auch wieder Energie dazu entweder brauchen wir einen größeren Speicher ich glaube wir nehmen einfach einen größeren Speicher weil wir haben ja am Tag schon ordentlich Energie was produziert wird das war der falsche scheiße 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 es wird Nacht nein 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 scheiße ich habe nur einen ich habe nur einen nein oh Gott wir haben kein Essen mehr mal wieder Energiekollektor geht nicht geht nicht geht nicht liegt es daran dass ich keine Energie habe oder liegt es daran dass ah ich glaube da ging gerade was okay es geht was okay dann machen wir es vielleicht einfach hier oben hin wobei ne ne da hm 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 ähm hä ist das nicht ein T-Stück oder ist das dann egal ha das scheint zu gehen okay na gut ich glaube ich muss auf jeden Fall erstmal äh das kurz verlangsamen so und dann sage ich mal wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao ciao Musik